Oli, wir haben einen Killer Boy dabei! Hallo, wir 29! Jake! Alle Harten sabotiert! Alle Harten sabotiert! Instantly! Ich hab Saboteurbe nur auf 2, ich hätte gerne auf 3 jetzt mal recht. Keine Offerings? Das ist gruselig. Ich bin noch nicht bei den Offerings angekommen. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Nein, komm immer vor dem Ladebalken. Ach so, ach ja. Boah, ich dachte grad schon so! So, nein! What? Please don't. Hyperspeed, hyperspeed. Und zur Schnau. Was traut ich grad wieder lang zum Laden, ey. Killer hat wieder eine super Light. Marine ist schon drin und hat daneben Killer Boy alle seine... Oh, ist das der Geist? Ich bin direkt an einem Harten gespawnt. Weißt du, was ich da mache? Sabotieren! Ja, ist der Geist. Ja, ist der Geist. Natürlich. Saboteur. Oh, natürlich. Er guckt in meine Richtung. Ah, fuck, ich hab's verkackt. Er war hier irgendwo bei mir in der Nähe. Wo bist du denn? Hör ihn. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach, fick dich doch! Mach den Haken weiter. Also wir haben grad gehört, wie er ist und... Ja, danke. Was? Ja, danke. Jetzt hab ich dich gest... Du Arschlo. Ey. Ich frag mich, warum die immer mich sofort, weißt du? Was? Wie gesagt, die haben ein... Oh, guck, der guckt in meine Richtung. Bararada. Bararada, da, 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 da. Bitte nenn die Folge so. Ja, ich hab ja. Ich hab doch schon ne Folg kindiny Bararaada ist. Ach sooo. Gar nicht mehr. Alter, wie ich endlich die gegner. Zwei doll Scientists 실제로 durch die Gruppe... Uppi ja ja, upi ja, upi, 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 upi. So ein Haken mir is down. Uppi ja, upi, 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 upi. Uppii, aya, upi, 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 upi. Mach ja auch mal Generator, ja? Natürlich mach ich ein Generator Barra. Stamina wie so'n Hulk... Stamina wie'n Hulk-M. Okay, Bara. Ja, fick dich doch. Hä? Was ist denn? Hinter mir. Ach, wo du bist? Ach so. Ich dachte, ach, das war der Killer-Boy. Ach, fick dich doch. Hoffentlich hat der hier irgendwas sabotiert, oder du? Ich bin dabei. Ich mach' Generatoren nebenbei, okay? Kommt er zu dem Haken? Ist genau der eine Haken? Fick dich! Nein! Mach ihn nicht! Mach ihn nicht! Du hättest den scheiß Haken sabotieren können! Ich hab' ihn nicht fertig gekriegt! Ich hab' ihn nicht fertig gekriegt! Ja. Oh, sie kann sich ja selbst halten. Statt dir niemanden. Oh. Really? Ah, guck dir meine Richtung. Jetzt nicht mehr. Er hat mich. Oh, er muss sich erst mal ankloppen. Das ist dumm als Geist. Oh, er ist noch hier. Hallo! Oh, fuck! Er hat mich trotzdem noch geditscht. Oh, kacka! Nein, hier ist der Keller! Weg, 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 weg! So ich den Haken noch fertig machen? Ja. Warum kriegst du langsam? Oh! Alter, was sind das für behinderte Runden hier? Sagst du, weißt du, ich habe erst mal zwei Minuten mit dem rumgelaufen, ey! Was sagt ihr, wo schon dreimal durch die Hedge entkommen ist? Ey! So oft bin ich nicht. Zweimal ist, ist... Ich? Ich rede von mir. Oh, er hat sich wieder gekloppt. So, wo war der jetzt hier, der Haken? Ich bin hier fertig. Boah, Bubu! Oh, fick dich. Genau zu dem Haken kommen wir, da war so klar. Aber mir hat noch ein Skill-Checker fehlt zum Hedgechen. Aber du kannst wenigstens selbst heilen. Ich geh mal zum Bagger. Bagger? Ja, ja, da kommst du, kommst du, kommst du, kommst du? Ja, ich komm zum Bagger. Wo bist du denn? In welcher Ecke? In welcher Ecke? Also, Ecke, Ecke hinten, oder? Die, die richtige Ecke. Ah, er guckt in meine Richtung. Ja, Geist, ist hier irgendwo. Er steht in meine Richtung. Jetzt nicht mehr. Die richtige Ecke. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße! Ah! Wer kann... Wer hat eigentlich das Medi-Kit vergessen? Hm? Wie vergessen? Da hat jemand die, die, die Truhe gelootet und da lag ein Medi-Kit. Wo, welche Truhe? In dem großen Metallteil. Oh, okay. Wo bist du, Barbara? Ich lauf hier nur so durch die Welt, ah! Den Haken jetzt noch fertig machen, war der das? Ah, hier, der ist schon sabotiert. Oh. Renn, Mann. Rennen. Jajajajaja, wer war das? Hier, hier, komm mal hier, hier, ja, Jassen kannst du hier das. Aber da komm, doch gehen weg. Dann nimmst du's doch mit. Ja, hier so jetzt, und du nimmst das teil jetzt hier mit. ich brauche jemand der mir ich tue dich ding ich habe ihn abgeschüttelt ich habe ihn abgeschüttelt ich bin wieder beim bus weißt du noch wo der haken war ja da vorne hier da geradeaus achte da aber den hat die hatte andere jetzt fertig gemacht diese hohren sau beim bagger ist auch noch einer also einmal einmal auf fakt mehr ernsthaft nicht schon wieder du wenn er dich abwürft hat er verloren weil dich heilen kannst zwei james wo bist du denn kali ich laufe gerade richtung bagger was eine blöde idee ist weil noch zwei generatoren wieder entkommen bin bei dem generator ok der haken ist weg wenigstens die wirbare aufnimmt und jetzt sehe ich sie nicht mehr du musst jetzt mal einen haken suchen ja schön aber ich hoffe dass das ist das ist der aufer nein ernsthaft ist da noch ein haken oh fuck you you son of a beach ich hab ich sitze am letzten generator da will ich die tor ist drauf mach ich bin am bus ja dann machst du das tor du kannst ja schlecht bar oder ja ich kann nicht ich hänge eine runde ab ja ja der ist bei mir nämlich der generator in ort ich hab gleich fertig ja wir sehen den hier kriegen aber ist unser egal wir machen zu zweit den generator macht machen wir machen den noch fertig den generator der schlägt gerade auf mich ein er ist gleich bar retten brauchst du nicht ich bin ich hier in der nähe ist er noch da ja ja klar ist er noch da wie sehen die die mir von hier aber da steht an er steht nur da und guckt sie an das ist ne kämpfer sau geil dass die geister so kämpfen wir ganz ehrlich ein geist kann man effektiver spielen ja stimmt auch wieder war das eine tor schon offen ja ich hab's aufgemacht wo denn beim kran okay ich sehe es ich sehe es ich sehe es mal da hinkommen und dass die bitch mich abfackt keine hedge runde egal okay killer boy schon raus ja kannst raus okay ich habe überlebt ich stehe hier in einem tor welches ich habe das falsche tor genommen danke für den medikit du hast ja letztens geschrien du kannst du kannst dich nicht 18 was war unser killer bin level 20 norsk merion